Es ist dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Fronau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Steiner, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Es bleiben im Raum Keitel, Jodl, Krebs und Burgdorf. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiner ist ein Befehl! Wer schickt sie? Das hier ist Wagen, die meine Befehl zu wieder sein! Oh, meinst du das also, Decker? Der Minister hat mich belogen! Jeder hat mich belogen, sogar die SS! Die gesamte Generalität ist nichts weiter als ein Haus und nie das verrestliche Treue unserer Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verbrechen... Das ist das Feiglinge, Verreiter, Verzager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Generalität ist doch der Geschmall des deutschen Volkes! Sie ist ohne Ehre! Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademie hinzugebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messer und Klammeln hält! Jahrelang hat das mir die Firma der Aktionen nur behigert! Es hat mir Geld und nur ein Schicksal... Widerstand! Ich habe mich gelegt! Ich hätte gut daran getan, von Jahren alle höheren Offiziere liquidieren zu lassen, wie Stalin! Nein! Ich war nie auf einer Akademie. Und doch habe ich allein, allein auf Mist gestellt, ganzer Rapper erobert! Verräter! Von allem Anfang an bin ich so verraten und betrogen worden! Es wurde ein ungeheuer Verrat geübt der deutschen Volke! Aber alle diese Verräter werden bezahlen! Mit ihrem eigenen Blut wird sie bezahlen! Sie wird das Zaufen in ihrem eigenen Blut! Bitte gerne! Jetzt beruhig dich doch! Alle Befehle sind in den Wind gesprochen. Es ist unmöglich, unter diesen Umständen zu führen. Es ist aus! Der Krieg ist verloren! Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich deswegen bei denen verlasse, erfen Sie sich, der Fall ist! Eher jagt mich wie eine Kugel durch den Kopf! Dann sehen Sie, was Sie wollen! Dann sehen Sie, was Sie wollen!